Loll, da ist ne Pokémon, da ist ein Pikachu. Ich zweifel diese Aussage an. Ich seh's zwar nicht, aber ich zweifel das an. Doch, doch, Peter. Ich nehm auch die 5. Keine Ahnung. Jay nimmt auch die 5. Jetzt hast du Peters genommen, jetzt kann er sich gar nicht freuen. Was nimmt denn jetzt? Peter ist einer, der nimmt sich nicht selber. Hab ich in der ersten Runde gemacht? Boah, das ist auch schwer. Das ist richtig. Oh, das ist jetzt hier. Alter, dass das so dunkel ist, ne? Puh, auf du. Wurde Berlin, oder nicht? Nein, nein, hier ist draußen weiß, weil es schneit. Back in 27. Most Computers couldn't run this game, but now you can. Peter. Ja, ich sag Crysis done. Wie kommst du dazu? Crysis done, was ist denn das für ein Teil? Ja. Okay nicht. Ja, es muss falsch sein. Schon sagen, aber mach ich. Okay, aber ich weil, ich hab Jay's altes Auto gefunden, deswegen hau ich gerade wieder ab. Ja, da sind zwei aber ganz ganz nah bei den. Also ich sitz in Jay's altem Auto. Was? Ich glaub, einer fährt gerade nicht so viel. Kann das sein? Ja, du bist auf der Baustelle und hast grad die Polizei abgewartet. Ja. Auf jeden. Das gibt es nicht. Das waren nur zwei Hits, da hab ich mich voll drauf gefühlt. Ich glaub, ich fühl sich öfter voll drauf. Jetzt. Kannst du mal ganz von Anfang vorlesen? Ja, macht er jetzt. Ja, easy. Easy, easy. Warte, warte, warte. Ich bin komplett verwirrt gerade. Frage 1. Welche Sage behandelt die Geschichte von... Sehr witzig. Moment, wo waren wir? Scheiße. Jay jetzt nicht zu Super-Sack. Auf welches Wesen? Ja. Scheiße. What? Hi. Oh. Oh mein Gott. Okay, Bram... Bram... Ja, okay, jetzt re-snackst du mich halt, okay. Da hab ich keine Schnitte. Ich war noch in der Animation. Die Beschreibung? Ja, die Beschreibung. Ist die gutes Deutsch oder nicht so? Das exklusive Ultrasimulation-Design. Von den Nadeln mit weißem Schneepulver wird eine ganze Zweig gebildet. Die Blätter sind strukturiert. Sogar mit echten Kiefernzapfen. Klingt nach Made in Germany. Das war jetzt ja eher so halb gutes Deutsch. Einfache Montage, automatische Baumhandwerk. Jede Zweige hat den Aktiv-Steck-Planztin. Nur mit der Einstellung der Position und Ausrichtung des Baumes kann man den formen. Mhm. Da zieh ich doch nochmal 25% ab bei meinem Job. Wieso ist der da schneller? Oh, da ist einer. Irgendwer hat grad Reifen verloren. Ja, ich hab'n Reifen verloren. Ich hab'n Reifen verloren. Nice. Hast du dir keinen neuen geholt? Nein. Ich dachte, ihr geht nur. Ja, dann rammst du dir den halt zurecht. Ich brauch' keinen Reifen. Oh mein Gott. Ich muss mich zurückziehen. Hab' einen genockt. Sepp ist genockt. Bram ist der andere. Bei mir rechts kommt einer. Bei mir kommt einer, pusht von oben. Shit! Nein! Hat mich! Der hat's jetzt fast down. Ja! Ja! Ja, Junge! Nice! Mal gucken. Okay. Oh Gott, Christian. Elton John? What the fuck, Alter! Ja, das steht schon. Ja, das erkennt man. Okay, krass, Alter. Ja, das wollte ich auch sagen. Nee, doch, das ist Elton John. Nee, doch, das ist Elton John. Das ist absolut korrekt. Das ist Elton John. Das war stark. Alter, ihr seid voll die Russia-Masha, Junge. Ja, wir zusammen. Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir richtig in the game. Krass. Alexa! Schnauze! Bei dem Geld und den Goldpaarern, das ist ganz schön geil. Die hab' ich eh gefunden. Echt, ich hab' nichts gesehen worden. Ich will ja jetzt nix sagen, aber... Nein! Hab' ich einfach weggesprengt. Das ist so blass. Never, Jay. Never. Das war doof. Never. Wenn man von der Richtung kommt, dann leuchtet das direkt, Peter. Ich weiß das nicht. Was? Ah, das ist doch belastend! Wo kann man... Aua, aua, aua. Wo kann man ein Sex mit einem Skelett haben, Peter? Peter hat sich zu sehr angestreckt, durch das Ausatmen. Nee, ich hab' mir grad meine Brille fast ins Auge gestochen, weil ich die einmal abgenommen hab. Und in meiner App steht auch nix. Da steht immer noch der Originalartikel drin. Oh. 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 Deshalb war ich ja so verwundert, irgendwie. Ich hab' jetzt auch nicht nachbezahlt. Ja. Immerhin nicht steuern. Papa, ein paar neue Schuhe. Komm! Da ist dein Schuh. Ah, weg die Scheiße. Mann! Da ist doch Scheiße, das ist doch Scheiße! Das ist doch Scheiße! Dass du da diese Strafenpunkte hast und dann nochmal Strafe wählen kannst! Vampire sind uns ja allen ein Begriff. Knoblauch. Wollte ich auch sagen? Nein. Soll ich schneller vorlesen. Komm noch mal schnell. Ich dachte nur, wir sind gerade wieder in den einfachen Teil angekommen. Ich halt immer die NPCs töte, das gibt es nicht. Stop. Let's go. Was? Meiner. Das gibt es doch nicht. Ich gehe wieder von dir weg. Jay möchte kein Champagner haben. Jay möchte einfach kein Champagner haben. Die Frau steht schon so lange an dem Aufzug. Du musst irgendwann mal die Tür aufmachen. Als ob du einfach neben dem Aufzug stehst. Zeit ist rum. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Schicht vorbei. Ich war der andere Security Mann. Oh mein Gott. Als ob du nicht für die Security... Leute, das ist mir nicht aufgefallen. Stimmt. Der hat an... Der hat ja... Der sieht ja auch... Der hat ja auch eine andere... Der hat ja auch eine andere Klamotten an. Der steht Diamond drauf. Ich hatte kein Jackett auf dem Diamond draufstehen. Alter. Ey, wieso verliere ich die Geschwindigkeit? Vollgas! Okay, Jay will wechseln. Der hat sich ein Auto geholt. Okay. Der hält nicht an. Der hält nicht an! Ja, das finde ich für mich. Ey, kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich konnte nicht lenken! Alter, was macht ihr denn? Ich konnte nicht lenken! Wegen meinem Reifen! Oh, Alter, habe ich mich erschrocken! Junge! Ja, Alter, wie ist denn was? Braben. Dann sage ich jetzt Tiger Woods. Ja, ist absolut gereckt! Oh Mann, ey! Alter, fällt richtig dumm geguckt, als du den Namen schon mal gedroppt hast. Oh mein Gott! Mir fiel überhaupt keiner ein. Das ist der einzige Sportler, der auf Anhieb einfällt mit einem Nachnamen, mit einem W. Und Vorschlag 5. Der Eisbär kommt, das Schiff geht. Oi! Jay, was war denn da los? Nee, nee, nee! Runde 6. Ich bin immer der Lustige. Du bist der erste Sog! Ja, ja, danke! So! Ah, hier ist WC. Einmal markiert und abgehauen! Tschüss! Das ist aber nice! You can murder a chicken by throwing a chicken at a chicken. Cool, ich habe aus Versehen rechts geklickt. Ja, von mir aus können wir das wieder zurücksetzen. We can murder a chicken by throwing a chicken at that chicken. Oder willst du jetzt raten? Wir könnten auch zurücksetzen einfach. Ich würde ihm noch zwei... Von mir aus... ...drei... Also ich habe einfach... Okay! Naja, dann... Wenn du das... Wenn du das nicht versuchen möchtest, dann... Ich weiß es auch nicht! Also... Okay! Wagefettfinger hat... Ah, habe ich kein Problem! Vortritt haben! Mhm! Und auf einmal ist es wieder stiller im Spiel, weiß ich nicht! Ja, ja! Hier! Rechts und links! Rechts und links! Oh ja! Sehr gut, Christian! Alter, die Crashen! Ich muss nur auf ihn mehr gucken! Oh! Danke, Sepp! Hier sage ich nochmal, wo es lang geht! Was wär das denn jetzt? Was? Aua! Oh! Ja! Das war gecheatet! So gecheatet! Ja, ey! Fuck, mach mal! Ich mach jetzt! Was war das denn? Was macht der Junge da jetzt schon wieder? Fuck! Nein, das geht nicht! Ist ja okay! Ihr wird nicht geschummelt, mein Freund! Nein, nein! Bram kriegt das hin, das so drei Felder nach vorne zu würfeln! Wie so drei Felder? Da hattest du doch immer gedreht! Ach Quatsch, er hat sich gar nicht gedreht! Okay! Ich flash! Und dann raus da! Die sind beide da! Scheiße, der ist direkt da! Boom! Easy Snack! Jetzt würde ich ja jetzt reporten, ne? Ich hoffe, ey! Wolldemore! Fack! Wisst ihr, was ich gerne als Kind gelutscht habe? Hör auf, Tipps zu geben! Das waren so Lollis! Hör auf, Tipps zu geben! Ich weiß das nicht! Und die anderen... Der Chupacabre! In der Tat! Super Chupacabre! Ich hasse dich, Jules! Oh, du das weißt! Entschuldigung! Ich hab doch nicht... Dankeschön, Jules! Jair hat doch schon gesagt, er als einziger! Ja, hab ich letztens gelesen! Wir sollten dem dann auch noch den Tipps gibts! Woll ich auch ganz! Also das geht gar nicht! Also Jules, ja! Oh, boah! Als wenn ich dich denn nicht getötet kriege! Nein! Ah, Christian, du Sau! Ah, 600 Punkte kriegst du dafür! Kompatibel mit Kreis... Ach du Scheiße! Kompatibel mit Kreissegen, also der Segen, wie ihn Gott verteilt mit E! Kreissegen von anderen Herstellern! Alter Schwierigkeiten! Aber es ist nur das eine Blatt, oder? Alter, was ist los? Hohe Lepsendauer, dank der Verarbeitung bester Materialien! Marke Bosch Professional! Wie kann ich so Gesten machen? Gibt's das? Mit, ähm... Feststell-Tasten! Ne, ich war nicht direkt bei den Pferden! Hahaha! Ne, die Geste mach ich nicht! Das ist auffällig! Du kannst ganz viele auswählen! Du musst auf N oder M oder so gehen und dann auf Stil! Genau, du hast immer nur eine! Wenn ich meine Geste mache, wichse ich einen! Hahaha! Ja, das ist nicht so auffällig! Dann ist, glaub ich, nicht das Richtige! Dann hast du immer nur eine! Hahaha! Was?! Hahaha! Hahaha! So sieht mein EKG aus, wenn Dortmund spielt! Hahaha! Hahaha! Aber doch nicht! Aber doch nicht ne Unterschrift! Doch, da ist ne Unterschrift! Nein, Polizei! Also ein bisschen süßigkeiten haben! Ah ja! Polizei ist sack! Wenn ihr auf die Polizei weggehen würdet, werdet echt... Okay! Nein! Wie kann mein riesen Monster Truck umfallen?! Der ist so fürs Gelände ausgelegt! Jetzt kommt die Polizei weg! Jetzt! Entsprechend die Tragödie hautnah! Da hat Peter sich äh... Hehehe! Das ist aber gut! Selbstgemacht, Peter! Und zwei Punkte einleitzt! Ja, nur weil ich mir wieder zu viel Gedanken darum gemacht hab! So ne Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Krass, der wurde entdeckt! Yes! Oh Gott, ey! Hier war ich noch nie, Alter! Dieses Ding ist so riesig! Der war ja wieder! Nicht mehr hänge! Nur ich hänge! Ich hänge! Ich hänge auch! Ja, Alter! Übelst krasser Leg! Der Legs des Todes auf Doom! Der Legs des Todes auf Doom, Junge! Und ich mein, das hieß nur Tomb Raider. Ende. Weil das so das Remake des ganzen Spiels sein sollte. Der hieß nicht einfach nur Tomb Raider und Ende. Also ohne Ende, ne? Ja! Ich bin halt legit einen Meter vorm Ziel, bin ich gecrashed. Da bist du nicht hochgekommen! Da bin ich einfach hochge... Da war ein Second Try, Alter! Da hab ich nicht mehr drüber nachgedacht! Ich dachte, okay, wo ist Peter? Wo ist Peter? Ich bin da schon hochgekommen, aber hab dann... Bin dann vorm Ziel, also bin quasi, weil ich nicht abspringen wollte, gecrashed vorm Ziel. Ja, warum machst du denn sowas, Peter? Ach, komm, ey! Let's make this right as rain! Gott! Will's do that as rain! Do's do is to taste so. Ich bin da.